jo leute und wieder willkommen zurück zu lautau und diesmal alles meine schuld ja vielleicht hat er gerade Probleme mit der Aufnahme die ist mittendrin abgekackt was er nicht mitbekommen hat ja leider nicht kann man nichts machen ne egal der Snatch wieder hatten wir gerade schon mal und jetzt hat man eben so gut eins kurz tut 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 und man hättet ja wieder alles oh achja Wendam was wollt ihr mit Wendam ey hopp mhm geh weg ich will kein Wendam aber schade das ist mir sonst immer fast zu dritt gewesen hätte er mit auf den TS kommen können mhm leider leider weiß ich auch nicht wie warum vielleicht weil Loadout steht bei dem vielleicht ist er noch nicht richtig im Spiel eingeloggt und er muss vielleicht dieses komische Tutorial dann absolvieren ja weil er das noch nicht aufhatte wahrscheinlich kann das sein doch stand schon stand schon er ist im Loadout Spiel aber dieses Tutorial muss er vielleicht abschließen da noch ja ich meine das meine ich ja das kann ja sein das habe ich auch gehasst das habe ich auch gehasst gibt dir gleich Penis wird geladen kannst du dann gleich kannst du dann gleich kannst du dann nach dem Spiel trotzdem nochmal probieren ja und wir nehmen wieder schönen Geschütz da bist du ja lass uns hier Yolo Swagger nehmen hier Yolo Swagger ja ja da waren nämlich eben noch 2 ja ist noch einer aufgekauft ui runtergefallen oh nice Centos wait what das ging jetzt bei dem ab weiß ich nicht vielleicht könnte er da einer drinnen also jetzt den ja boah draufgegangen ha ha danke rache kill ha muss einem geschehen einfach dieses Ding aufbauen scheiße ich bin wirklich da oben nein nein aber ich bin erster drei tötungen habe ich schon so ein alter cheater bist du ja die sind vielleicht eng gerade ein bisschen zumindest hey Yolo Swagger na alles gut bei dir da oben oh der typ mit seinem Schutzschild ne ja das ist doch normal ne na triffst du mich nicht ich hüpfe immer nur durch die Gegend und schieß oh jetzt hab ich wieder kein Geschütz ihr Nudeln bräuchte auch wieder ein Geschütz mhm ey ist nicht schlecht das Ding scheiße scheiße oh noch gekriegt ja ah scheiße ich bin tot geil sind die nächsten wieder da weil da von hinten kam der Vogel wieso die nächsten wieder da ja waren noch zwei da ja der eine kam eben von hinten deswegen wo der Typ mit seinem Schutzschild ne hehehehe schöne Tunnel die nein jetzt hat er mich geboxt aah Yolo Swagger ey das sind die richtigen Leute naja voll bescheuert Hose auf halb 8 ey und dann Capi so schräg gesetzt ja und dann Yolo Swagger ja das ist normal boah wieso ein Schutzschild wirklich schnell weggefallen hat ihn ich find's geil wenn die immer so nur rennen und dann nicht wirklich springen dabei und so weil das sind die nein sitzt jetzt doch hier hin du blöde Nutte die das nicht wirklich entspuren können mit den Schiffen und boah ich brauche Heilung na musst du dich auf mein Geschütz konzentrieren ist schon ein bisschen blöd oder hehehehe jawoll nice Wuhuhuhuhu Wuhuhuhu ne halt läuft gut er das Spiel mittlerweile ja muss ich sagen hat's raus man braucht nur ein bisschen das ist normal jetzt regnet es von oben erstmal schön Tesla da kommst du nämlich nicht mehr durch ja ich hab drei Gegner und böse das Spiel ist echt tot oh ich seh es dahinten jetzt kam noch ein vierter ich seh es dahinten am Arsch bist du tot gewesen? ja ja ich war tot und dann wird einmal vier Stück kommen obwohl dieser Dürr keine Ahnung der dich erschossen hat der kann eigentlich das mit dem Spring schießen ja aber jetzt gibt's dir recht bisher das gar nicht das schlimm ist dieses Spotlight was ich hab das lädt sich erst auf da kannst du noch nicht richtig treffen ah es Gewehr? hast du ein Gewehr? als Tesla? ich hab normale Waffe komm die Schild ist kaputt Schild ist kaputt ja ah 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 tot und tot Centros haha ich aber nicht auch du bist sogar erster acht kills ey ich bin schon die ganze Zeit erster ist nicht wahr schon seit Anfangs da ist er vor der von hinten hat mich noch voll getroffen eben ja naja was solls solange ich so gut führe da cheater du na tu mich ja auch nur weil du nichts kannst oh bleib doch mal stehen du Pisser hehehe und tot ah der hatte nicht mehr viel ah ich weiß hab ich nie mehr der hat auch nicht mehr viel ey weißt du ich mach die fast ganz fertig und du brauchst einmal drauf schießen du Geige sich verarschen also stell dich mal nicht so an weißt du ich krieg noch nicht mal Punkte dafür na ich geh hier vorne wieder durch doch musst du normalerweise da du auch mitgemacht hast na bin tot ja mhm dahinter kommt nur einer ja ich weiß ich hing da eben gefällt aber Wulff hatte ist auch noch dabei na das läuft auf jeden Fall geil das match das und äh sammeln hier ja es ist nicht Gewinnung ist das ne ja stell dich mal da oben ne du fitte Sau hast du Jolo Swagger da und Jolo Swagger ist down hehehe weg und das ist nicht wahr hehehe nein geh drauf ach das Geschütz muss erst registrieren die Leute ah alles noch da ist völlig gute Ablenkung finde ich hau'n bitte rot scheiße 13k cheat alter und da gibt's ja gleich das nächste Geschützwerk für dich alle wieder bei mir ey und zwölf Bestätigungen eben na Jolo Swagger ein Problem oh Azentos komm her ah da sind drei die sind gleich alle down ah ich bin tot ach so geil die sind die haben nicht mehr viel einer also komm die da haben nicht mehr viel wo sind sie wo sind sie wo sind sie weiß sie nicht aber stell das mal wieder gemein hier auf das Geschütz hier die sind die sind die sind mit dem getötet na tot ich hasse die leute die mal ganz hat doch mal hier ja ja es ist immer nur am spacken jetzt ist dann schmacken und schmacken vom julos weg auf kommt steht doch mal eigentlich der nächstes aufdauern bist du nicht bei mir in der nähe krieg ich alle meine kills ja sind sie denn auf den rücken geschossen da kommt dadurch tot backflip wolf hier heißt er selbst mal begangen ja und ich bin gestorben von den captures wie man abgeschossen wurde auf diesen wolf ach da one capture da könnten mich gut bei sein kommen zum jawohl und wir gewinnen so geschafft ja da unten lagen zwei captures ich bin erster schrecklich ja das ist 18 zu 7 da lief irgendwas falsch bei dir bestätigt und alle gehen sie raus ich bin schon siebeneinhalb schon wieder boah ne zufall wir heben die ähm warte mal die waffen tesla ach nee 2000 kostet zu können oder tesla zack und jetzt hab ich den tesla und als nächstes kann ich mir den pyro kaufen nein pass mal grad an mit dem spotlight das ist eigentlich extrem schwierig damit zu treffen ich mach mal auf angriff blitz war dieser scheiß ne ja deswegen nämlich pressflipf haben wir ach ja so ist das so das ist geschützt dann weiß ich wenigstens wo welche modifikation drauf ist naja nicht pressflipf haben wir zufall hast du nicht hast du schon ausgewählt ich hab pressflipf haben wir genommen nein man ich hab keinen bock auf capture the flag ist doch scheißegal nein man capture the flag ist scheiße na gehts los naja weil einer unterbrochen hat ganz schön bis zum nächsten mal ich hab